So, da sind wir wieder zurück zu einer zwei, nach einer Zwei-Jahre-Pause. Ja, das hat schon ziemlich lange gedauert. Ehrlich. Oh ja. Und ich bin sogar unschuldig. Was ist denn unschuldig? Ja, er muss da fressen gehen, der Typ, Alter. Wir warten dann eine Viertelstunde, bis er wieder von seinem Essen zubekommt. Oh, scheiße, mir ist gerade aufgefallen, ich hab mir in der Nase gebohrt und das ist jetzt aufgenommen worden. Scheiße. Einfach mal so blub, blub, tut mir leid. Ja, er muss da furzen wie ein Weltmeister, verreckt selber an seinem Geruch, ey. Und wir sind beim Crashkurs eingelangt, tolle Anahme. Oh, ich weine, Frau Freude, ich weine, Alter, Frau Freude. Wir sind ja in der letzten Folge super gut entkommen mit dem Helikopter und müssen mal sehen, was jetzt alles erwartet. Wir haben alle überlebt. Ich hoffe, bei mir nimmt er alles auf. Oh je. Ich würde mal sagen, dann drück ich mal auf Spiel starten. Ja. Oh mein Gott. Oh, neues Bild. Ja, anwesend. Kommt jetzt gleich, kommt jetzt die, äh, das Intro von der Karte ja, ne? Äh. Ich hätte hackt als Luigi. Dann müssen wir mal Schnauze halten, wir müssen mal Schnauze halten. Ich bin, ich bin Luigi. Ich steh voll cool da, Alter. Luigi. Luigi, Moni, ja. Also wenn jetzt Intro kommt, müssen wir kurz mal Klapp halten. Ja. Sollte der Ladevorgang irgendwann weitergehen. G-G-G-G-G. G-G-G-G. G-G-G. G-G. Der wurde zu nem Zombie, Francis. Und wollte das Ding nicht landen. G-G-G. G-G. 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 Ich bin jetzt weißer Junge, ich seh ja gar nix vom Bild Ich schon, wirst Ich hab ja auch so'n 1600 Es geht los, Alter, es geht gut los Ah, jetzt Pass auf Angelo, Beate hat wieder nur Scheiße im Kopf, wie immer Äh, ups Höre genau, ich kann den Knien? Ach, wusste ich gar Was macht ihr da? Umstellen Was macht Angelo da eigentlich? Ich versuchte mich anzurufen Mann, Junge, warum Warum hast du's? Mann Oh, Nico, ich bin schon wieder verlassen Und Nico geht jetzt schon wieder raus, was soll der Scheiß Ich wollte Nico hat uns verlassen Ich wollt den anrufen, damit er mal seinen Klingelton hat Der ist so geil, wir haben uns gerade übelst veräumelt Das war ich, als ihr euch lustig darüber gemacht habt Das war ich, als du auch zweimal angerufen hast Ich weiß auch, dass du anrufen wolltest, weil Du mich verärschen wolltest, weil du mich verärschen wolltest Ja Das ist alles, was ich alles trinkt Glaub mal einmal, wenn du nicht damit rechnest, dann ruf ich dich an Also äh, Muraki, ich muss das so lassen 57 57 war das, wo wir angefangen haben Das müsste heißen, 2 und... Sollen wir nochmal neu anfangen, oder was? Ne, 37 war das Also nochmal neu, ne? Ja, komplett nochmal neu Kurz Also das ist für mich besser Ja Dann lass mal kurz rausgehen Weil Fraps wollte irgendwie nicht Ja Mann, das ist mich doch mal durch, ihr Penner, ey Tut mir leid, dass das so ist, aber... Hör auf mich, du wirst, aber... Hör auf mich, du wirst... Hör auf mich, du wirst von 80 Zombies umgeben, ey So Au, hey, au, hey, yeah, yeah Ja, wenn ich jetzt in eurer Passe auch nicht kugelde, oder? Ich versorg dich Hör auf mich, du wirst 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 Ich hab... Schnell helft mir, ich hab nur noch 380 Kugeln Du bist der Scheiß Hör auf mich, wir müssen hier neu starten Hör auf mich, wie das auszieht Das ist die ganze Zeit von Mombin, Alter Es ist die ganze Zeit von Mombin gerade Äh, ist hier ein Boomer, oder was? Mh? Boomer Hör auf mich, zu Ich hab doch keinen Spoken Place aus der Gefecht gesetzt. Was macht ihr für die Scheiße da? Aua, 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 Aua. Jetzt liegt er zwei rum. Das kannst du vergessen. Nein, ich werde geheilt. Ja. Hier ist ein... Ich warte eigentlich nur drauf. Ich hab ein wildes Burak hier im Gras gefunden. Es wird abgeschossen. Boah, ey. Loil, ich hab dich aus Versehen geschützt. Loil. Hättest du gar nicht machen müssen. Hallo, wann starten wir jetzt? Ja, wollte ich auch grad fragen. Wollen starten wir neu? Okay. Was ist das Binnertz? Lebt links noch? Ich lebe noch. Verrecke, du Krüppel! Verrecke! Ach, Mann. Verrecke! Bleibst da liegen, Junge! Oh, hier liegt ja ein Mädchen! Was ist das Binnertz? Was ist das Binnertz? Was ist das Binnertz? Sparame! Nein, was machst du da? Von mir aus mach ich alleine weiter jetzt. Pech. Auf Jagen! Mann! Da ist ein Smoker. Was ist das Binnertz? Ich hab keine Muni mehr. Alter, gesund heute. PENKEL! Vor allem nicht, wie dauerhaft einfach da oben 60 steht. Ja, ist ja gut. Also starten wir dann die Aufnahme... Also starten wir die Aufnahme dann im Spiel dann nochmal neu, ja? Also wenn wir schon in der Mission drin sind. Die Aufnahme lass ich bis jetzt. Aber ich hab mir am Anfang einen Finger in die Nase gesteckt. Okay, dann fangen wir nochmal neu an. Warte. Ende dann jetzt, ne? Oder, Nico? Ja, ja. Ist schon lange.